Leibeigene, die Bauern haben es schwer genug in Kriegszeiten zu überleben, aber die Römer müssen auch noch den Borgia dienen und ihnen hohe Abgaben entrichten. Setz diesen Unrecht ein Ende, Niccolo. Also hier sollen wir wieder drei Wachen, aber diesmal mit der versteckten Klinge töten, also kein Zeitdruck scheint machbar zu sein. Drei Wachen mit einer versteckten Klinge, also ich sehe jetzt nichts schweres hier an diesen Dingen. Also ich rüste schon mal die versteckte Klinge aus, damit ich nicht in Versuchung komme. Ja. Hier ist wieder ein Banner. Ach, ich muss echt mal langsam anfangen, die Banner hier einzusammeln. Hui! Aber der liebe Dirk hat ja mir geschrieben, dass es ja hier irgendwann vielleicht irgendwelche Karten gibt, wo man ja quasi was einsammeln kann. So, schauen wir mal. Das waren ja drei Ziele, glaube ich, ne? Ja. Wachen töten. Sechs Ziele, die jetzt hier plötzlich auftauchen. Ach, jetzt weiß ich, wo die Schwierigkeit ist. Jetzt weiß ich, wo die Schwierigkeit ist. Die sind alle auf Pferd. Oh. Das wird spannend. Ei, 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 ei. Ich gehe jetzt einfach mal hin. Zack. Ja, einfach hingehen und drauf. Das geht auch. Oh, aber man muss aufpassen. Die sind natürlich ein bisschen... Die fühlen sich jetzt ein bisschen geil, ja? Ach. Also, wenn die am Laufen sind, das ist schlimm. Und Ezio... Ezio tut die auch so automatisch gleich anvisieren. Das ist ein bisschen nervig. Ja, ich komme leider nicht... Also, sobald die rennen, komme ich leider nicht dazu, die vom Pferd runterzuholen. Merke ich gerade. Okay, Challenge geht los hier. Und jetzt... Und jetzt juckt meine Nase hier. Schlimm. Au. Ähm, vielleicht müssen wir das noch ein bisschen... Anderser machen. Das Schlimme ist, wenn man jetzt angreift, dass die wirklich automatisch anvisiert werden. Bleib doch mal stehen. Ja, stehen bleiben. Oh. Aber die sind sofort weg, ne? Die rennen alle weg, als ob es ums Überleben geht hier. Oder man macht die Pferde kaputt, hä? Man macht vielleicht erstmal hier die Pferde kaputt und dann... Ja. Müssen die ja dann runtergehen, ne? Ach, so ist das natürlich ein bisschen unfair. Dein Gott hat dich verlassen. Aber... Okay, ja, also ihr seht schon, es ist doch ein bisschen schwerer. Ähm, der reitet dort noch ganz gemütlich. Aber mir fällt auch kein schönerer Weg ein. Ich weiß gar nicht, ob ich die einfach runterschubse vielleicht. Also, dass ich erstmal das Pferd übernehme. Ja. Weil so, äh, macht das ja wenig Sinn, ne? Die holen Anlauf und dann sind die weg, ne? Oh Gott, hat dich verlassen, Asser! So, jetzt bin ich schon am sterben, ja? So, jetzt dürfen wir nichts, äh, von wegen hier andere Waffe ziehen. Ich kann mich leider gerade nicht heilen, aber ich vermute, dass ich... Ich glaube, das war jetzt, ähm, schon die Mission fehlgeschlagen, oder? Ne, drei Wachen mit der versteckten Klingel. Ach, drei Wachen bloß! Ach so, ja, das habe ich wieder vergessen. Drei Wachen? Okay, also ich glaube, zwei Wachen habe ich ja auf jeden Fall. Aber ich merke gerade, wir sind, äh, doch ein bisschen mehr am Arsch, als ich, äh, angenommen habe. Denn... Ich habe ja keinen Heilungstrank mehr. Ist nicht gut! Oh, ich glaube, das... Das war auf jeden Fall eine... Ein verstecktes Klingenattentat. So, jetzt würde ich mich ein bisschen hier, äh, raushalten. Und dann geht's los. Äh, schießen. Ups! Da kam noch einer. Und damit haben wir es zu 100% erfüllt. Oh Gott, da kommt gleich noch einer nochmal nach. Aber... Das nutzt alles nichts. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Ja, ich hatte vergessen, dass man tatsächlich nur drei Wachen, äh, töten muss. Dann, äh, ist das ja noch relativ human.